Wir sprechen hier heute über Venezuela, aber es geht nicht nur um Venezuela. Ich bin davon überzeugt, dass das Drehbuch, das in Venezuela zur Anwendung gekommen ist, bald in Bolivien auch angewandt werden wird. Denn wie ist man in Venezuela vorgegangen? Um die Illegalität von Maduro herzustellen, bezweifelt man die Rechtmäßigkeit der Wahlen vom Mai 2018. Die sei nicht rechtmäßig gewesen und damit sei also auch Maduro kein rechtmäßiger Präsident. Dieses Argument wird man auch in Bolivien anwenden, wenn es dort im Oktober zur Wahl kommt und Evo Morales und Alvaro García Linera wieder für die MAS, für die Massbewegung zum Sozialismus kandidieren. Das will man verhindern. Und wie gesagt, es geht nicht nur um Venezuela, es geht auch um andere Länder. Und noch ein anderer Aspekt. Hier wird sich eingeschossen auf Maduro. Maduro soll weg. So wie man das im April gesagt hat, Ortega in Nicaragua muss weg. Es wird immer personalisiert, personifiziert und damit davon abgelenkt, dass es eigentlich um das System geht, was man beseitigen will. In Venezuela den bolivarischen Prozess und in Nicaragua den saninistischen Prozess. Das will man beseitigen. Und man will erreichen, dass diese Länder bankrott gehen, um dann sagen zu können, um bankrott gehen sie durch die Sanktionen der USA und andere Länder gegen Nicaragua, Kuba, Venezuela. Und wenn die dann bankrott gehen, dann wird gesagt, von diesen Ländern die Sanktionen verhindern, das funktioniert nicht. Diese Systeme funktionieren nicht. Eine andere Welt ist nicht möglich, soll uns damit suggeriert werden. Aber wir sind dafür, eine andere Welt ist möglich und nicht nur möglich, sondern eine andere Welt ist auch nötig. Danke sehr.